Mein Name ist Tamim Raim. Ich bin ärztlicher Leiter der Sektion Neurochirurgie im Wirbelsäulen- und Skoliose-Zentrum in der Asklepius-Paulinen-Klinik in Wiesbaden. Sowohl das Medizinische Versorgungszentrum als auch die Sektion Neurochirurgie sind ein fester Bestandteil unseres Wirbelsäulen-Zentrums. Die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit in unserem Zentrum ist sowohl für unsere Patienten und Patienten als auch für die zuweisenden Kolleginnen und Kollegen von großer Vorteil. Hier arbeiten Neurochirurgen, Orthopäden und Unfallchirurgen in einer Abteilung, um eine optimale Therapie bei einer Vielfalt an Wirbelsäulen und Rückenmaßerkrankungen zu ermöglichen. Unser Behandlungsspektrum reicht von der Behandlung der degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule, also Verschleißerkrankungen der Wirbelsäule, über Deformitäten der Wirbelsäule, Verletzungen und Frakturen der Wirbelsäule, wie zum Beispiel die osteoporotischen Frakturen der Wirbelsäule, angeborene Fehlhaltungen wie Tessert-Cord-Syndrom, Anolciari-Malformation, Sklepdysplasien und so weiter, bis hin zu Tumoren der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Eine weitere Expertise unseres Hauses besteht in der Behandlung von Gangstörungen, vor allem bei Patienten mit der cervicalen Myelopathie und in der peripheren Nervenchirurgie. Dabei kommen neben den klassischen konservativen und operativen Behandlungsmethoden auch modernste neurophysiologische Diagnostiken sowie mikrochirurgische und endoskopische Verfahren zum Einsatz. Gerade durch den Einsatz der modernsten elektrophysiologischen Untersuchung sind wir stets in der Lage, die gestellten Diagnosen elektrophysiologisch zu sichern, unsere Patienten intraoperativ besser zu überwachen und postoperative Kontrollen auseinander anzubieten.